Dieses Bild wurde von einer künstlichen Intelligenz erstellt. Auch dieses Bild wurde von einer künstlichen Intelligenz erstellt. Wenn eine künstliche Intelligenz schon solche realistischen Bilder erstellen kann, dann lehnen wir wahrscheinlich tatsächlich in einer Matrix, die von einer künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Sie lebt nicht. Sie hat nur ein eigenes Bewusstsein. Sie folgt Algorithmen. Ich weiß von mir, dass ich eine Seele habe. Und weil ich eine bewusste Ich-Bin-Seele bin, kann ich der Schöpfer meiner eigenen Realität sein. Gehen wir mal näher auf künstliche Intelligenz ein. Was kann sie? Gehen wir mal näher auf künstliche Intelligenz ein. Was kann sie? Welche Algorithmen nutzt sie? Und wie kann ich in dieser künstlichen Matrix zum Schöpfer werden? Gehen wir mal näher auf künstliche Intelligenz ein. Musik Musik Wie werde ich Schöpfer in dieser künftig erstellten Matrix, in der ich den Schöpfer lebe? Eigentlich ganz einfach. Ich bin Schöpfer meiner eigenen Realität. Und Wünsche klar zu formulieren, kann nicht falsch sein. Die Matrix passt sich meinen Wünschen an. Wo ist der Glitch in dieser Matrix? Da ist der Glitch in der Matrix. Ja, so schaut es nämlich aus. Da drüben ist ein Glitch in der Matrix.